wir gehen mal im redstone holen einmal in die höhle so dann lasst uns mal gucken hier gehen wir wo gehen wir denn lang warum ist die tür hier offen hallo ja so geht das ja nicht mehr leute ist so ja nicht dann fangen wir gar nicht erst an hier ab fledermaus kann man wieder töten 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 raus mit der fächer wir gehen aber hier runter ja ich muss noch mal hoch oder habe ich hier noch nein habe ich nicht wir brauchen essen essen wäre ja nicht verkehrt wäre ja nicht verkehrt und vielleicht ein bisschen platz in der tasche wenn wir schon in die höhle geht das heißt wir nehmen mit zwei von den lagerkisten da da muss ich es lang muss so gucken dass da keiner durchkommt das heißt wir sollten dann bei gelegenheit dahinten mal zu bauen essen ich brauche essen 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 das ist ja auch mal jede menge kommt da ist ein bisschen redstone haben wir da noch ein bisschen da ist nichts da haben wir redstone ellie sonst habe ich kein redstone oder habe ich hier irgendwo noch bevor ich jetzt darunter trampel bevor ich darunter trampel wir mal gucken jetzt wir haben hier so viele kisten der kikoku gefälgte schwert hat man mir angedreht ein gefälgtes schwert hat man mir angedreht schlimm und ich falle auch noch darauf rein da haben wir noch essen da haben wir noch skelett kopf was nehmen wir denn mit kommen wir nehmen die bürger mit wir nehmen die bürger mit viel mehr brauchen wir da unten ja nicht die spaghettis nehmen wir auch noch mit wenn überhaupt was haben wir hier noch da haben wir aber auch kein redstone wir haben kupfer warum haben wir denn so viel kupfer ach hier ist der rest drin gut da ist der rest drin du bist immer noch am meckern sehr schön wenn du immer noch am meckern bist das ist fantastisch da ist auch nur essen drin da ist auch nur essen drin dann lass uns mal guck mal hier da ist sand und essen und noch mehr essen unser ep tank ja sehr schön da haben acht sind die ganzen genau da sind die ganzen karten drin damit können wir ja in andere welten anspringen genau da war ja was da ist auch nichts und in der küche haben auch nichts mehr wo der schrank den feier ich auch noch kommt man die leuchtpülze kann man auch da reinpacken die plümm so dann müssen wir in den keller dann müssen wir in den keller dann machen wir das aber anders nehmen wir das mit dann stellen wir das nämlich direkt mal unten hin die kiste stellen wir nämlich jetzt hierhin dann können wir dann den ganzen schrott reinpacken die wir nicht brauchen dann brauche ich das nämlich nicht mit schleppen machen wir da hin so dass da rein die ender perle nahe die achse rein dass da rein angriffsgeschwindigkeit 9,4 9,8 die würde ich gerne mitnehmen die eigentlich würde ich sie gerne mitnehmen dass da rein dass da ihr schlüssel geht auch da rein haben wir sonst noch irgendwas was wir nicht brauchen das war es eigentlich ja dann hatte bei da müsste ich zu machen da hinten noch bevor es da irgendwas da wieso habe ich kein dass ich kein wetztum habe das wundert mich wirkt haben uns mal ein bürger in die kiemen so gestärkt geht es in den keller hier ist auch kein redstone würde mich wundern wenn hier wird tun wir haben wir nicht ab runter in den keller ich freue mich ja wieder so riesig ja ich habe ich habe dich schon gehört wo bist du hallo das ist mein weg bist du doof du kriegst jetzt einfach die mütze du kriegst jetzt einfach die mütze komm her komm hier hau nicht ab kann sich doch verstecken wo gibt es denn sowas hier gut direkt die nächste ne wo ist sie ach jetzt muss aufpassen ja dein freund ist tot der ist mir aus versehen ja der ist mir aus versehen ins schwert gelaufen konnte ich nichts für ja tut mir leid aus versehen wirklich kann ich nichts für außer sehen rein gelaufen ja glaubst mir aus versehen nur außer sehen rein gelaufen soll ich jetzt guck mal ich zeige dir wie das war sie sie auch bis aus versehen rein gelaufen schon wieder rein gelaufen schon wieder ja was macht ihr denn die kristalle sind gut die kann man gebrauchen sie ist ja außer sehen außer sehen rein gelaufen da war redstone da war jetzt ja da ist redstone dritte das auch das auch redstone ich hätte mir vielleicht ein bisschen erde mitnehmen sollen da ist noch eisen da ist die jurid da kann ich dafür wenn die da einfach rein laufen so sehr schön oh ja stimmt ja hier war ja eine mine ich erinnere mich hier war ja eine mine ich will nur das redstone habe ich brauche nur redstone für was anderes bin ich nicht hier für was anderes bin ich nicht hier da ist noch redstone hat könnte man mitnehmen hier ist noch eisen könnte man sich auch direkt mitnehmen da ist eine truhe ich habe keine fackeln mit sehr schön ja dem muss mir merken habe ich auf jeden fall man jahre man jahre ja dem muss ich mir merken da ist noch ein letzter unerfüllig haben wie kommt es am besten hin blub 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 habe ich hier noch irgendwo ein bisschen stein bevor ich hier in lava bade sollte reichen monster sind keine in der nähe so dankeschön sehr schön da sind wir auch schon lang gegangen da geht auch noch lang hier waren wir auch schon was haben wir denn wie hier sind wir einigermaßen sicher dass es mal redstone 69 eisener rheinland daran die kristalle kann auch da reinpacken das noch mehr eisen so ich habe keine axt mit ich habe keine axt mit warum warum habe ich denn keine axt mit wo geht es lang wo gehen wir lang hier waren wir auch schon das eisen da geht es nicht weiter sagt keiner wir haben großen hammer also von daher da ist gold ein bisschen dings werden und geil im jählorium ein bisschen jählorium werden auch das gold das hätte ich gern danke kommst du zu mir kommst du zu mir kommst du zu mir kommt da nicht nee 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 da ist irgendwo ein monster hinter mir ist die frage was es ist der muss da irgendwo in der wand hängen gold klumpeln sehr schön auch da geht ja auch noch weiter ist doch nicht wahr hat soll das denn spiel ich habe doch keine fackeln mit ich habe da gar nichts mit danke dann lass uns mal was haben wir denn hier rio das kann man mitnehmen da kommen wir direkt da wieder rein ballern zinn brauche ich nicht das hört sich so schrecklich an jetzt muss ich aufpassen dadurch dass ich keine fackeln mit habe das aber auch ende da kommt nichts mehr gut dann können wir hier in ruhe abbauen nehmen wir da das eisner mette so schwertus nach da sitzt doch noch einer ich habe dich gesehen ich habe dich gesehen kommen ja 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 die deine freunde sind mir ins schwert gelaufen siehst du bist mir gerade auch ins schwert gelaufen kann ich nix für war ich nicht kommt schon der nächste evan ist nie los ach hier ist was ich komme her scheiß bären busch war ganz die fledermaus wo bist du denn wo ist sie denn hier wo bist du denn keine ahnung jetzt haben wir auf jeden fall schon mal wieder redstone ein bisschen zwar nicht viel aber wir haben zumindest was wir haben zumindest wieder was so dann können wir hier die kolben fertig machen da machen wir mal die tür zu dann kann dann schon mal keiner reinkommen wenn von da einer kommt das hören wir der da rein der da rein was soll kommen da rein dass das 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 hat er hat er hat das so wir brauchen kolben nach haben wir gesagt eisen eisen und holz fehlt ernsthaft jetzt also eisen haben weiß brauchen nur noch holz dieses brauchen wir nur holz dann lasst uns mal gucken was haben wir denn hier guck mal sehen ja direkt schon ich habe keine axt mit ich habe ja keine axt mit da ist auch keine drin da ist auch keine drin also ich und mein axt problem ne das ist ich ging ja nehmen wir die nehmen wir die die kammer raus jetzt muss gucken ich weiß nicht welche von den beiden voll war nehmen wir so beide mit stellen wir so beide dahin wir gehen eben da das holz holen ganze pflücke die ganze pflücke sie dankeschön 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 da steht auch noch so aus so ein kleiner kümmerling das haben wir dann können wir jetzt die kolben schnell fertig machen dann machen wir noch die restlichen schubfächer fertig und dann haben wir das soweit wo ist denn meine axt in port machen so ist sie hier drin auch nicht ja wo habe ich ihn reingelegt aber wir können jetzt hier kommen alle eisen kann man da reinpacken das kann man da reinpacken hat nickel kann man da reinpacken da siehst du so so schnell geht das so kolben wieso nur eine warum denn nur einen 8 22 jetzt habe ich 24 siehste wir brauchen eisen und standard schubfächer mal wieder mal wieder standard schubfächer wer hätte es gedacht wer hätte ich gedacht der ist nie leer der ist nie leer der 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 da so das kann man mit der reinpacken da kann man auch da reinpacken kommen in die kiste packen so dann ist er nämlich auch raus hier wird weiter schön munter weiter gebrannt wird es wird es wird es wird sehr schön so wir brauchen standard schubfächer habe ich gesagt die ender perle ist auch fast fertig dann gehen wir mal runter vielleicht haben wir ja unten irgendwo welche wäre genial ich warte hier auf den tag wo ich hier runter gehe und da auf einmal drecken monster an der leiter steht ich glaube da flippig aus es ist jetzt haben wir wieder ruhe hier jetzt haben wir wieder ruhe wir brauchen aber holz ne eichenholz bretter so der ländle dann brauchen wir ein paar ton so 13 so das haben wir das haben wir müssen wieder hoch rennen wir brauchen eisen wir brauchen eisen wir brauchen eisen wir brauchen eisen ja 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 mecker fritze so sollte reichen zwölf stück jetzt habe ich 15 ja die 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 sollten wir jetzt erstmal reichen so fünf stück habe ich noch also ich habe verkleidung verkleidung geht nicht das geht nicht heißt sie müssten ja eigentlich müsste dann hier hin so quasi so 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 das ist doch genial müssen wir gucken wie der draußen mit dem strom aussieht der ist nämlich fast lernen 400.000 hat der noch das heißt wir müssten vielleicht mal eine stromleitung legen damit er mal wieder saft kriegt damit er mal wieder saft kriegt so so das packen wir da rein das eisen packen wir da rein den rest können wir oben hin packen das wird alles durchgebraten das heißt wir könnten die truhe aber auch nehmen so packen die direkt darüber packen die direkt darüber nix da so so ne da müssen wir den nehmen aktiv ohne signal so das geht dann da rein das das ist stein warum ja hallo warum nicht der nächste stein und bräte denn hier mit dem stein wer brät jetzt hier was mit dem stein ne 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 gibt es nicht eisen der brät noch die braten alle noch ne ja die braten alle noch da ja das 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 die enderperle muss weg die kupfern nuggets können wir auch wegpacken was ist das pulverisierte holzkohle die kann ich doch lass mich mal eben gucken wenn ich die macht er da draußen selber geht das das würde mich jetzt noch interessieren das geht natürlich nicht schade wäre mir geil gewesen wenn er die gebrannt hätte aber wenn das nicht geht zenober das 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 geht alles hoch standard zu fächer eiche haben wir nicht brauchen wir nicht wollen wir nicht wir brauchen stro das heißt wir gehen mal eben und bringen den herzen rotz hoch da wäre ich fast da reingefallen wäre ich ja fast da reingefallen das kann weg das kann weg das basalt das 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 ist die bleiben die nimmt da nicht die nimmt da auch nicht so so ich denke hier ist mal das stets geletten das kupfer da kann man der kann weg das lappi kann man auch da unten reinpacken das rosenrot haben wir da unten drin oder nicht rosenrot haben unten drin wunderbar was haben wir hier noch und ein sondermüll und ein sondermüll so die diamanten kreiber das sind die büsche zertus staub holzkohle jetzt müssen wir unten irgendwie sortieren müssen wir mal gucken was wir da machen dann müssen wir mal gucken was wir damit machen die diamanten packen wir da das lappi packen wir dahin und den rest packen wir dann hier rein das kann er rein das kupfer kann man aussortieren lapispulver kianit draconium den können wir eigentlich auch direkt einsortieren darksteel können wir auch einsortieren darksteel packt man dahin den packen wir dahin was ist das kupfer packen wir dahin packen wir dahin so der scheiß zinnober ne kianit kianit kann man auch einsortieren oder nicht kianit 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 müssen wir aufpassen ich weiß nicht ob die radioaktiv sind die twi schnitt wir haben keine kohle mehr mensch draconium kann auch raus wir haben keine kohle mehr müssen dann müssen natürlich neue holen auch schon wieder so eine verkackte flieder muss so dann packt man da noch ein bisschen kohle rein so nichts da aktiv ohne signal die aber warum funktionierst du nicht aktiv ohne signal ich glaube der muss unten drunter ich glaube der muss unten drunter habe ich hier noch welche nein habe ich nicht da sind auch keine drin da auch nicht ein bisschen schnell welche holen dann müssen wir schnell welche ohne signal so jetzt muss er auch funktionieren eben noch nicht halt aber der ist ja hallo warum funktioniert denn jetzt nicht aktiv ohne signal immer aktiv aktiv frist ohne ohne der soll ja ohne akt aktiviert aktiviert wir müssen normalerweise müsste der ist automatisch ziehen ich weiß jetzt nicht wo sein problem ist oder muss er von hinten oder muss er von hinten da dran könnte natürlich jetzt auch sein wenn er jetzt von da hinten dran muss das kann natürlich jetzt auch sein lass uns mal gucken ohne signal so auch nicht ohne signal ich glaube jetzt will jetzt will das spiel mich auf den arm nehmen ich habe es ja